Mit hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Market Briefing und was war das für ein Wochenauftakt? Meine Güte, Crash in Japan, ordentlich nach unten gepusht, hat dann DAX mit nach unten gezogen, hat die Wall Street mit nach unten gezogen. Plötzlich ist aus dem Goldlöckchen-Szenario das Szenario geworden, alles ist ganz schlecht, es gibt nur noch Dunkelschwarz. Und ist das der Anfang einer ganz großen Bewegung? Kommt da was nach? Wir schauen uns die Sache heute etwas fundamental an, hier im Market Briefing, sortieren die Bewegung ein, gucken ob da mehr nachkommen kann, schauen auf die einzelnen Aspekte. Die Chance heute definitiv gegeben, der Klassiker hat es gestern auch schon zum Live-Video gesagt. Was sieht man gerne? Man sieht gerne den Black Friday, den Panic Monday und dann den Turnaround Tuesday, also den Turnaround zum Dienstag. Die technische Erholung nach aller Renne-Einrichtung, dann doch wieder die Umkehr, die Erholung. Die Frage ist, ist es ein echter Turnaround für eine stärkere Erholung? Und die Gefahr besteht durchaus, dass wir in eine Dead Cat Bounce noch fallen, also dass die Erholung dann komplett wieder abgegeben wird. Das ist durchaus etwas gegeben. Schauen wir uns aber heute Stück für Stück an. Nun ist alles wieder sehr negativ. Die Wahrheit liegt bekanntlich irgendwo in der Mitte und das wollen wir heute etwas einsortieren. Wenn ich es verpassen möchte, kommt gerne mit in den Traders Club. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dort von früh bis abend seid ihr an dieser extrem spannenden Marktphase informiert. Ob News, Research, technische Analyse. Bleibt ihr komplett über den Tag oder durchgängig seid ihr da informiert und könnt euch gerne austauschen. Ich bin natürlich auch von früh bis abend mit dabei. Wir schauen heute auch noch auf den Shortcheck, auf die US-Indizes, auf den DAX ins Detail. Jetzt geht es hier erstmal nur um das große Ganze und da gehen wir mal hinein in den gestrigen Handelstag. Das Drama begann letztendlich in Japan mit dem Abverkauf von gut 12%. Ging es nach unten 12,5%. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Ja, 1987, das war der schwarze Montag. Aber auch hier nach diesem Abverkauf, wie ist dann die Performance gewesen? Ein Jahr später. Und eigentlich war die Performance ein Jahr später immer wieder relativ gut. Also konnte man immer wieder aufholen. Also dieser Abverkauf, den wir hatten, minus 12,4%. Ja, Japan war das erste Land, was in der ultralockeren Geldpolitik war. Lange gehalten. Bis zum Schluss. Jetzt versucht man zu normalisieren. So ganz einfach funktioniert das natürlich nicht. Gerade die Aufwertung beim Yen ist natürlich ein ganz starker Belastungsfaktor, der hier mit reingespielt ist. Aber heute 10% im Plus. Man hat wieder aufgeholt. Haben sich einige Notenbanker geäußert. Auch die Politik hat sich geäußert. Man versucht ja natürlich etwas zu beschwichtigen. Aber eben trotzdem größter Abverkauf seit 1987. Hat natürlich damit auch erstmal unsere Märkte beeinflusst. Hat die Wall Street beeinflusst. Hat den DAX beeinflusst. Sind wir schwach reingekommen. Hier ist die Wall Street zu sehen. Haben uns dann aber etwas stabilisiert. Und dann in den Schluss, den wir nach oben gelaufen hatten, auch den ISM, der gemeldet wurde, der etwas positiv war. Und vielleicht die Hoffnung, ich hatte es auch gestern in den Livestream schon gesagt, wichtig wäre es, vom Tagestief sich etwas abzusetzen. Dann haben wir die Chance, dass sich die Tageskatzen etwas erholen. Lange Lunte haben und eben in den Turnarounds, just in die Erholung am Dienstag, sich wieder entwickeln können. Und eine gute Vorlage bieten, haben wir nun auch gesehen. Aber es ist eben immer noch ein bisschen die Gefahr, die Dead Cat Bounce. Also die Erholung, die nicht nachhaltig ist. Die tote Katze, die fällt wieder um. Diese Gefahr besteht heute definitiv. Da wäre es wichtig für die Bullen, hier nachhaltig dran zu bleiben. Gestern auch der Russell, beziehungsweise stand der Russell, also die US-Nebenwerte durchaus im Blickpunkt. Hier die letzten drei Tage, die wir sehen, kräftig abverkauft. Immer mindestens minus drei Prozent haben die US-Nebenwerte gesehen. Auch ein Punkt dreimal hintereinander, mindestens minus drei Prozent. Das gab es das letzte Mal zum schwarzen Montag 1987. Also wir haben ja schon Bewegungen, die haben wir lange nicht gesehen. Und auch die Übertreibungsphase, die man so ein bisschen hatte, den Trump-Trade. Jetzt holen die Nebenwerte auf. Jetzt kommt die Breite hinein. Wurde komplett wieder abgewickelt. Es war im Eiltempo. Ich habe es aber auch gesagt, naja, Vorsicht. Fundamental ist das natürlich nicht so toll bei den Nebenwerten. Die überzeugen bei den Earnings nicht. Die sind Liquiditätsbedarf haben. Sie müssen sich refinanzieren. Refinanzierung ist teuer. Und haben einen hohen Anteil an nicht profitablen Unternehmen. Also ja, gerade die Schwächlinge würden dann richtig aufholen. Und ja, es wurde halt doch wieder abgegeben, weil die Schwächlinge laufen in der Rezession bekanntlich auch nicht gut. Der S&P 500 sei auch kurz erwähnt. Der ist gestern auch deutlich nach unten gelaufen. Hat gestern drei Prozent verloren. Die drei Prozent, das waren die ersten drei Prozent, die wir gesehen haben seit September 2022. Ende Bärenmarkt war das. Da hat der Bärenmarkt sein Ende gefunden. Und wir sind in den Bullenmarkt gestartet. Also der S&P 500 erstmals auch mit einer größeren Bewegung. Wir hatten ja lange eine Phase, da ist er gar keine zwei Prozent gefallen. Nun hat er das alles etwas beschleunigt. Aber auch hier im größeren Bild nochmal gezeigt, dass wir hier gar nicht so spektakulär uns momentan bewegen. Hier sind seit 1928 pro Jahr dargestellt, wie viele Rücksetzer es so gab. Ein Prozent Rücksetzer, zwei oder drei Prozent pro Jahr. Und für das aktuelle Jahr haben wir jetzt zehn Ein-Prozent-Rücksetzer, zwei mal zwei. Ja, die drei steht nicht drin, weil es eigentlich 2,999 Prozent war. Aber eigentlich kann man die schon fast dazu zählen. Was man aber eben festhalten muss, mit diesen Bewegungen bewegen wir uns eigentlich ein ganz normales Jahresrhythmus. Die Dynamik ist sicherlich auffällig und eine Mahnung. Aber momentan mit diesen Rücksetzungen, die wir hier haben, ist das nicht auffällig genug. Das passt einfach hinein. Fünf Prozent Rücksetzer gehören drei in den Jahr hinein und ein Zehn-Prozent-Rücksetzer gehören auch hinein. Das sehen wir momentan. Vorher war es einfach viel zu ruhig. Auch hier diese Grafik nochmal gezeigt, auch hier seit 1928 pro Jahr. Und hier zu sehen, der maximalen Rücksetzer, den es gab im Jahresverlauf und dann die aktuelle Performance. Und der S&P 500 hat jetzt einen maximalen Rücksetzer von minus 8,5 Prozent. Und wie gesagt, ich hatte es ja gesagt, zum Sommergewitter, ich erwarte, das kann der größte Jahraufsrücksetzer werden. Und zehn Prozent würden mich nicht verwundern. Sommergewitter, aber habe ich gesagt, bis September kann das sich das schon ziehen. Jetzt sind wir Anfang August und haben das schon abgearbeitet. Das Problem ist wirklich die Dynamik dieser Bewegung. Das stört mich etwas. Das ist etwas zu viel des Guten. Aber im Großen und Ganzen ist das eben eine Bewegung, die sowieso dazugehört. Also 8,5 Prozent runter ist kein Beinbruch. Ist kein Beinbruch. Passt ins Bild. Wurde erwartet, aber eben nicht so schnell. Und das nicht so schnell ist schon wichtig. Schauen wir uns aber gleich nochmal etwas an. Hier auch nochmal der Blick zum Nasdaq mit seinen Rücksetzern. Hier oben ist dann der Kursverlauf. Das ist jetzt der Rücksetzer. In der Spitze ging es jetzt um die 15, 17 Prozent. Kommt ganz drauf an. Kassa oder Future Handel. Future waren sogar 17 Prozent nach unten. Und hier unten hat die roten Berge. Das sind die maximalen Rücksetzer. Hier sind die Prozentanzeiger. Hier hatten wir zum Beispiel zu Corona ging es so 40 Prozent. Nein, es war die Inflationsphase nach Corona 2022. Die Phase der Bärenmarkt ging es nicht ganz 40 Prozent. Pound 30 waren es. Aber hier die Finanzkrise. 80 Prozent oder Dotcom-Wible ging es 80 Prozent. Das hält sich sehr im Rahmen. Kann natürlich der Anfang von mehr sein. Aber für den Tech-Bereich ist das ein Punkt, der ist noch nicht übermäßig viel. Das hält sich wirklich noch in den Rahmen. Die Frage ist nur, ist da schon so viel Dynamik? Und das können wir in der nächsten Grafik. Da zoomen wir diese Grafik. Die geht ja bis 1980 zurück. Zoomen wir hier mal hin. Dann bloß in dieses Kästchen zoomen wir. Da sind wir drin. Und da sehen wir ein bisschen das Aber. Dass die Dynamik mich hier stört im Abverkauf. Das ist hier dieser Abverkauf von 15, 17 Prozent nach unten. Das war hier der April. Die Konsolidierung, die wir gesehen haben. Und das hier, das war das Sommergewitter letztes Jahr. Das hier war das Sommergewitter, wo ich ja gesagt habe, das erwarte ich 2024 auch. Die Chancen sind gut. 10 Prozent ähnlich. Am besten eine Bullenflagge. Da können wir gut aufkaufen. Und die Bullenflagge haben wir hier auch geholt. Das Sommergewitter hat sich hingezogen. Das waren drei Monate ging es diese Phase nach unten. Und jetzt hier, das haben wir in wenigen Wochen, haben wir diese Prozente geholt. Das ist das Aber. Dieses Sommergewitter Stück für Stück mal ein neues Tief. So langsam im Short ist das eine Bullenflagge. Schauen wir uns heute auch im Short-Check nochmal an. Aber diesmal ist es wirklich ein Abverkauf nach unten. Und das deutet an, hier sind wir vermutlich noch nicht fertig. Volatil geht es weiter. Gegenwirkung, Turnaround 2 ist die absolut drin. Aber vermutlich geht es hier auf der Unterseite noch weiter. Das ist nämlich das Aber. Ja, die Bewegung, die wir sehen, 10 Prozent, gehört in den gesunden Markt hinein. Mussten wir mitrechnen, erst recht in dieser Jahreszeit. Passt alles. Das Aber ist, bitte Zeit lassen dafür. Und nicht die Sache in zwei Wochen mal eben abarbeiten. Das ist der Hinweis. Oh, das hat doch keine bullische Struktur mehr. Da kommt vermutlich was nach. Das ist das Aber, was wir setzen müssen. Schauen wir kurz mal auf die Shorts hier rein in die Future. Schauen wir mal auf alles im Short-Check in Ruhe an. Gibt es ein extra Video. Abonniert den Kanal. Kann ich hier nicht mitbringen. Sonst wird das Video einfach zu lang. Beim S&P 500 haben wir an der 5100 einen wichtigen Support erreicht. Dort gegenwärt denkbar Richtung 100-Tage-Linien, Richtung 5300. Die 5300 wird die erste relevante Zone für den Nasdaq sein. Hier kann man sich sicherlich erholen. Wir haben die 200-Tage-Linien noch nicht erreicht. Die steht etwas im Raum. Wenn wir so nah dran stehen, gute Chance, dass wir die vielleicht doch noch holen können. Aber gerne dann im Volatilen treiben. Ich habe jetzt ein bisschen die Erwartungshaltung, dass wir uns hier eine Erholung nach diesem 8,5% leisten können. Technische Erholung. Turn-Ratricy kann man es einleiten. Passt vielleicht auch so eine Dead-Cat-Bounce dazu. Also dass man das wieder abverkaufen, aber eben so volatil dann vielleicht nach oben laufen können. Und danach, da die Gefahr, dass man doch noch was nachkommt, ist meiner Meinung sehr erhöht. Aber eben Stück für Stück und jetzt nicht mehr gleich die ganz große Abwärtsdynamik. Also 5,1 geholt. Chance auf 5,300 normale Range. Darüber eine leichte Auffindung trennen. Aber das schauen wir uns Stück für Stück heute auch noch im Short-Check an. Hier kurz im Nasdaq, den wir hier auch angeschaut haben. Da hatten wir die SKS-Formation aktiv. Schulter, Kopf, Schulter. Die haben wir an der 18.300 sind mal ins Ziel gelaufen. Gestern noch durchgerutscht. Hier in dieser Zone. 200-Tage-Linie getestet im Nasdaq. Nach einer direkten Bewegung wirklich von 15 bis 17 Prozent. Kommt wie gesagt auf den Index jetzt an. Und das ist schon ein Direktrutsch. Also das war jetzt keine Bullenflacke. Die hatten ja so ein bisschen, hat man so eingezeichnet. Das wollen wir sehen. Bullenflacke. Und dann nach oben durchmarschieren. Das ist schon ein ziemlicher Rutsch. Der sagt, vielleicht kommt da deutlich was nach. Dass das hier eine erste Bewegung ist. Zwischenerholung, die eingeleitet wird. Vielleicht heute der Grundstein gelegt. Als, ja, dann wäre auch schon Flacke reinbasteln. Richtung 100-Tage-Linien. Und dann kommt wieder Abgabedruck hinein. Und wir sehen nochmal deutlich tiefere Kurse. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich erhöht. Weil eben diese Bewegung, die wir gesehen haben. Das hatte ich ja nun schon gesagt. Eben nicht mehr unbedingt politische Strukturen hat. Weil das schon ein richtiger Abverkauf war. Dass da vermutlich was nachkommen wird. Aber auch das schauen wir uns im Short-Tech in Ruhe ein. Kurz auch beim DAX. Auch hier ein ähnliches Bild. Sind runtergebrochen. Richtung 17,1 hatten wir ja schon angesprochen. Nächste größere Zone, die wir haben. Haben damit auch den Aufwärtstrend von 2022 getestet. Das ist der Aufwärtstrend des Bullenmarktes. Den haben wir getestet. Und auch da, jetzt mühen wir uns heute früh an der 200-Tage-Linie. Stehen wir dran, kämpfen in dieser Zone. Der Kampf wird vermutlich eine Weile weitergehen. Jetzt ist es wohl in der Tagelinie. Und ja, zumindest der Bereich, den wir hier unten angelaufen haben, 17,1 bietet sich an, ähnlich wie die 200-Tage-Linie im Nasdaq, dass man hier eine Reaktion sieht. Das sind schon größere Zonen nach dem Abverkauf. Dass wir jetzt hier zumindest in Volatilität übergehen. Aber so eine vielleicht steigende Volatilität, dass wir hier vielleicht so eine Flagge oder einen Keil reinbasteln können. Ein Volatiles treiben kann auch mal ein, zwei Wochen andauern. Das ist ein bisschen das Basisszenario. Brechen wir hier durch, haben wir direkt die nächste Eintrübung. Aber auch das schauen wir uns heute noch im Short-Check in Ruhe an. Also wichtige Zonen erreicht, die so ein bisschen Turnaround begünstigen würden. Schauen wir ganz kurz auf den Volatilität-Index, weil der auch interessant war. Es war wirklich Panik im Markt gestern. Es war der drittgrößte Anstieg in seiner Geschichte seit 1990. Wir hatten dazwischen mal die Corona-Pandemie, die ausgebrochen ist. Und hier auch die große Finanzkrise 2008. Da haben wir uns direkt einsortiert. Das ist wirklich schon fast schon etwas Übertreibung. Sicherlich sind ja auch einige größere Händler rausgedrückt worden, haben die Bewegung beschleunigt. Aber dieser Panik-Move dafür, dass wir in eine Rezession hineinlaufen, wahrscheinlich ist schon hoch. Also die Finanzkrise war ein ganz anderes Thema. Da hat man eine Rezession, ich weiß nicht, minus 5% ging es dann runter. Das war schon richtig heftig. Bei Corona ja ganz ähnlich. Das sehen wir aktuell noch nicht. Nur die Gefahr, das Gold-Kirchen geht nicht auf. Es droht eher die Rezession. Ja, aber das ist ja nun nicht gleich eine globale Finanzkrise. Also hier hat man schon einen ordentlichen Schluck aus der Brille genommen. Von der bärischen Pulle 4 und Creed Index auf extrem Angst wieder zurückgefallen. Der niedrigste Stand ist das seit Oktober 2023. Das war auch Sommergewitter, aber Ende des Sommergewitters. Oktober ist man an den Boden gefunden, da war die Angst hoch. Das geht alles ein bisschen schnell. Gerne hätte ich das eh nicht gesehen, aber im Stück für Stück nach unten. Das haben wir jetzt alles in einem Wisch gesehen in zwei Wochen. Das ist wirklich das große Aber, was der Hinweis ist. Vermutlich kommt hier was nach. Auch hier nochmal die Grafik, finde ich auch sehr interessant. Der Fear and Creed Index, der ist hier blau zu erkennen. Aktuell wieder extreme Angst. Das sind die extremen Angstphasen, die wir hier haben. Hier haben und hier oben der S&P 500 Kursverlauf. Eine extreme Angst, wenn wir den haben, gerne. Dann geht es dann wieder nach oben. Oder hier extreme Angst, S&P geht wieder nach oben. Extreme Angst, S&P geht wieder nach oben. Also so Kontraindikator mäßig. Aber was mir eben auch fällt, der Fear and Creed Index, hat dann gerne mit dem ersten Dip mal nach oben, aber setzt dann nochmal nach unten. Hat so ein kleines Doppelboden drin. Hier ist auch ein kleiner Doppelboden drin. Hier auch so ein kleiner Doppelboden. Und gerne wird eben erst mit dem zweiten Dip nach unten das echte Markt tiefgefunden. Aktuell haben wir einen Dip nach unten. Ja, man kann nach oben laufen und dann vielleicht nochmal nach unten. Und der Kurs kann dann hier eben auch nochmal ein bisschen. Also so das Muster ist dann eigentlich, ja, zieht sich noch ein bisschen und ein weiteres Tief kommt nach. Also dieses Szenario steht definitiv etwas im Raum. Aber wir haben wirklich viele Kontraindikator mittlerweile, die wieder anziehen. Große Angst ist dann gerne mal die Grundlage für einen Bounce nach oben. Und der könnte beginnen. Aber eben diese Grafik sagt schon, ja, der Bounce wird nicht nachhaltig sein. Wird dann wieder in sich zusammenbrechen. Auch diese Grafik finde ich hier interessant. Wann wurden denn im S&P 500 die meisten übergeordneten Markthiefs gefunden? Im August? Nee, gerne im Oktober. Und da passt das nämlich ins Bild. Die schwache Phase, August, September, Oktober. Boden Richtung Jahresendrallye. Und ähnlich war es ja wirklich 2023. Und das Muster wollten wir dieses Jahr wieder sehen. Wir haben diese Rücksetzer auch gesehen. Aber alles viel zu schnell. Das ist das Aber. Schauen wir uns alles schautechnisch auch nochmal in Ruhe an. Das, was die Märkte gerade beeinflusst, das ist der Punkt der Rezession des politischen Fehlers der US-Notenbank FED. Dass die ähnlich wie bei der Inflation zu spät reagieren. Haben Sie gesehen, die Inflation ist vorübergehend. Alles ist gut. Keine Sorge. Oh Gott, ist sie doch nicht. Und jetzt, ja, die Konjunktur ist stabil. Keine Sorge. Das wird schon halten. Wir sehen Wachstum. Oh Gott, ist es doch nicht. Ne, dass dieser Gesichtsverlust der FED steht im Raum. Und das tut natürlich immer besonders weh. Wir haben nur das Goldlöckchen-Szenario eingepreist. Stabile Gewinne der Unternehmen bei rückläufiger Inflation. Und die Konjunktur wächst auch noch überproportional. Das haben wir eingepreist. Und das wird anscheinend nicht geliefert. Das muss man auspreisen. Und das tut nun gerade weh. Auch die Historie war ja immer mannend hier zu sehen. Die Leitzinsen. Dass die starben Senkungszykler, die wir hatten, gerne in einer Rezession. Das ist so grau hinterlegt. Die setzten dann gerne ein. Gerade mit der ersten Zinssenkung. Begann dann eigentlich die Rezessionsphase. Und dies steht definitiv an. Und das läuft jetzt in den Markt ein bisschen rein. In den Köpfen. Vielleicht ist es diesmal doch nicht anders. Es droht durchaus eine Rezession, in der wir hineinlaufen. Das ist ein bisschen die Erinnerung. Softlanding war das unwahrscheinlichste Szenario. Der Markt hat es eingepreist. Es muss ausgepreist werden. Das sehen wir gerade im Eiltempo. Auch hier die Zinsstrukturkurven. Immer wieder gezeigt. Ein sicherer Rezessions-Trigger. Und insbesondere, wenn er wieder um die Nulllinie läuft. Dann ist es eigentlich der Hinweis, die Rezession kommt. Wir waren so lange invertiert, wie seit Ewigkeiten. Überhaupt nicht mehr. Also gerade die 10-Jährigen, so 2-Jährigen. So lange war man noch nie invertiert. Man war tief invertiert. Und die Hoffnungshaltung der Märkte war, die Rezession fällt aus. Diesmal ist es anders. Ist es anscheinend nicht. Wir stehen jetzt kurz vor der Reinvertierung. Heißt, der Rezessions-Trigger kommt auch hier. Immer wenn wir zurückgelaufen sind, kam dann kurz danach die Rezession. Die Grafik geht zurück bis in den 70er Jahren. Also ein sicherer Rezessions-Trigger, der hier definitiv warnt. Und das ist einfach der Punkt. Es wurde von den Märkten ignoriert. Und das kommt jetzt rein in den Markt. Und das muss angepasst werden. Und das sehen wir jetzt auch. Die Frage ist aber, wird es denn wirklich dunkel? Schmerz? Kommt wirklich das ganz dicke Ende? Es fällt alles in sich zusammen. Rezession ja oder nein? Das preisen wir ein. Aber es muss keine sehr tiefe sein. Es kann ja auch eine flache Rezession sein. Die Märkte erwarten ja schon Notzinsschritte. Gleich wird das extrem. Von ein extrem ins nächste. Eine Rezession wäre ja auch mal fällig. Gestern haben wir den ISM gesehen. Den wichtigen Frühjahrter der ISM am Donnerstag letzter Woche. Der für das Verarbeiten gewährt. Der aber viel weniger Gewicht hat für das BIP-Wachstum. Als der gestrige gemeldige ISM für den Dienstleistungssektor. Der hat dreimal so viel Gewicht im BIP-Wachstum der USA. Und der war eigentlich stabil. Der hat stabile Werte gezeigt. Über 50. War ein guter Datensatz. Negativ war ein bisschen die Preiskomponente. Aber darauf schaut der Markt nicht mehr wirklich. Aber der Punkt war, dieser Datensatz war keine Katastrophe. Der sagt nicht, tiefe Rezession. Der sagt, wir halten auch das Fähnchen hoch. Und das, was man jetzt gleich, dass alles dunkle Szenario einpreisen, auch ein bisschen vorsieht. Wenn alles dunkel ist, wenn man nur noch das Negativste sieht, das Überraschungspotenzial verlagert sich dann auf die Oberseite. Denn noch dunkler zu liefern, ist dann wieder schwierig. Es sei denn, wir haben wirklich einen externen Schock, in dem man hineinlauft. Vielleicht eine Finanzkrise. Vielleicht eine erste Bank. Und das wäre dann was anderes, was wir gar nicht gebrauchen können. Und das wäre dann der Hinweis, wir sind sogar im Bärenmarkt drin. Sehen wir aber nicht. Wenn wir nur das Thema spielen, Goldlöckchen geht nicht auf. Okay, wir waren ein bisschen naiv, was wir sowas eingepreist haben. Wir müssen die Rezession einpreisen. Ja, dann tut das mal weh. Aber das ist dann auch schnell eingepreist. Die Rezession. Dann ist die Frage nur, wie tief und wie lang. Und der ISM gestern sagt, wird nicht so tief. Also das ist ein Punkt. Wenn wir jetzt keine weitere Eskalation sehen. Die Märkte versuchen die Fett aber vor sich hin zu treiben. Gestern, die Zinsfuture, waren ja ein Auf und Ab. Da muss man wirklich erstmal schauen, wie man sich jetzt einpendeln möchte. Mittlerweile 80% Erwartungshaltung, dass die Fett im September gleich einen großen Zinsschritt liefert. Teilweise wurde schon ein außerplanmäßiger Zinsschritt, eine Notzinssenkung eingepreist. Ja, stellt euch vor, die Fett geht heute vor die Presse und sagt, wir müssen Notzinsschritt, Notzinsschritt. Was macht denn dann der Markt? Der sagt, oh mein Gott, was sieht die Fett? Die Fett, sie sieht alles, bestätigt alles. Es wird ganz, ganz schlimm. Das können sie doch nicht liefern. Also diese Extreme, die wir jetzt wieder sehen. Obachten, ein bisschen mal tief durchatmen und die Sachen nüchtern dann einsortieren. Ja, Märkte waren naiv. Märkte haben was Naives eingepreist. Dass die Normalisierung läuft, läuft sehr schnell. Deutet an, es kommt mehr nach, aber wirklich Stück für Stück schauen. Und ja, Rezession mag sein, aber wie tief bitte. Das ist nun relevant. Also großer Zinsschritt wird eingepreist ab September. Die Fett ist sicherlich hinter der Kurve. Jerome Powell mit den zweiten politischen Fehler. Aber es muss eben auch keine Katastrophe sein. Er muss den schwierigen Spagat machen. Und er kann da eigentlich nur verlieren. Hätte er nur die Zinsen gesenkt, überraschen in der letzten Woche, wäre es ja auch, oh Gott, der hat den Markt nicht vorbereitet. Also es ist einfach, die letzten Meter sind die schwierigen. Und der Spagat tut weh, besonders wenn er tief nach unten geht. Aber wir müssen ja versuchen, die Sache nüchtern immer zu betrachten. Und gestern war, hat das nüchterne Verhalten schon etwas am Markt gefehlt. Wenn man nur schwarz sieht, positive Überraschung. Möglich bleiben wir bei schwarz, bleiben wir beim Öl. Gestern auf Februar tief gefallen. Interessant, warum? Weil ja Nahe Osten, die Welt geht im Nahen Osten unter. Da sind wir wieder bei schwarzen Malerei. Nahe Osten, da steht ein Angriff bevor. Der Iran mit Stellvertreter, Houthis in Libanon oder im, wie heißen die anderen. Ja, das waren ja die Houthis. Die Sporla in Libanon, die Houthis in Jemen. Dass hier ein koordinierter Angriff kommt. Steht im Raum. Angst, oh Gott, großer Krieg, Flächenbrand haben wir seit einem Jahr dort. Aber der Iran betont auch immer wieder, sie möchten keine Eskalation. Eskalationsspirale. Und das könnte ein kurzes Markereignis sein und dann, ah, es war bloß der Vergeltungsschlag. Okay, das interessiert mich nicht. So bitterböse das klingt, bei der Wall Street ist das so, kann das ein positives Ereignis sein. Weil man momentan nur das Negativste sieht. Oh, es kommt auch noch der Flächenbrand, großer Krieg, Straße von Hormus, alles ganz schlimm. Und wenn es dann bloß der Vergeltungsschlag ist, am nächsten Tag ist es wieder vergessen, dann ist das ein positiver Aspekt. Wenn man nur alles schwarz sieht, ist es leichter, irgendwo Lichtern zu erkennen. Und nicht noch mehr Dunkelheit irgendwo herauszusehen. Also durchaus die Hoffnung, dass die Politik, die Geopolitik hier nicht eskaliert vorerst. Aber, und das spielt auch der Ölpreis durch, der ja auf Februar tief gefallen ist. Er spielt, Konjunktur ist wichtig, größer als Geopolitik. Der sagt, Wachstumsnachfrageprobleme wegen Wachstumssorgen. Das spielt eher das Rezessionsspiel. Was wir auch noch haben, Buybacks, die Aktienrückkäufe laufen an. 80% der Buybacks sind wieder in der offenen Periode, können es getätigt werden. Durchaus eine wichtige Stütze im Markt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die CTS, Vermögensverwalter, die wirklich einige Zeltrigger haben, die wirken dagegen. Aber trotzdem sei erwähnt, Buybacks ist schon ein gewichtiger Grund, auch ein psychologischer Faktor für die Märkte. Sie kommen wieder zurück und halten dann bis September das Fähnchen hoch. Vielleicht als Stütze im volatilen Markt. Ansonsten Termine, die wir heute noch kurz anschauen. Auftragseingang der deutschen Industrie reingekommen, besser ausgefallen. Vormonat aber nach unten revidiert. Und die Einzelhandelsumsätze kommen noch. Aber alles Datensätze der zweiten Reihe. Handelsbilanz, USA, morgen Deutschland, China kommen auch noch. Wie steht es um die Weltwirtschaft? Ist ein bisschen ein Hinweis. Thema Konjunktur. Aber wirklich Datensätze der zweiten Reihe. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich musste dieses Video zweimal aufnehmen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Aber gut, deswegen kommt es etwas später. Den Shortcheck, den liefreich aber auch noch nach. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr es nicht. Schreibt gerne hinein in den Kommentarbereich, was ihr glaubt, in welcher Marktphase wir uns befinden. Oder glaubt ihr sogar, das ist schon der Boden und es geht wieder Richtung Allzeithoch. Meine Annahme, das abschließend zusammenzufassen. Ja, wir sehen die Bewegung. Wir haben die Bewegung gesehen, die wir erwartet haben. Viel zu schnell. Deutet darauf hin, das wird noch ein bisschen volatil bleiben. Den nächsten Wochen September. Vielleicht sogar in den Oktober hinein, wo auch ein weiterer Tiefpunkt folgen wird. Aber sind wir nur beim Thema Rezession, wie tief und vielleicht nur relativ flach. Ja, dann muss es nicht mehr ganz so tief nach unten gehen. Weitere Tiefpunkt, volatil, definitiv. Aber das ganze Würstkäse-Szenario muss vielleicht nicht kommen. Heute die Chance auf den Turnaround-Tuesday. Vielleicht mit einem kleinen Dead-Cat-Bounce in den Schluss, dass man also wieder etwas abgibt. Aber es kann der Hinweis sein, solange wir oberhalb vom Vorwochentief bleiben, dass wir volatil jetzt erstmal die Konsolidierung, eine Konsolidierung einleiten, die danach, vielleicht nach zwei Wochen, dann wieder bärisch aufgelöst wird. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns sehr gerne im Traders Club. Kommt mit hinein. Ersten Link in der Videobeschreibung. Dann verpasst ihr nichts am Marktgeschehen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns später zum Short-Check. Macht's gut und ciao.